Hallo! Hey Leute, herzlich willkommen in der Rotkreuz Pflegeschule. Wir sind die Schüler vom H18 und wir würden euch gerne unsere Schule zeigen. Kommt doch einfach mit! Jetzt sind wir hier auf unserer Etage. Genau, und hier findet unser Unterricht statt mit dem neuen Schulsystem, mit verschiedenen Räumlichkeiten. Die Klasse wartet schon im Marktplatz. Kommt einfach mit, wir zeigen euch mal die Klasse und die Lehrer. Aber pssst, muss leise sein. Guten Morgen zusammen. Heute startet die Woche. Alles in Riedika Linke. Nachdem wir uns morgens hier alle versammelt haben, verteilt sich jeder in den verschiedenen Räumen, passt sich sein Lerntempo an. Wir gucken jetzt einfach mal, wie die Leute arbeiten. Hallo! Hi! So, das ist unsere Werkstatt. Hier sitzen bereits ein paar Schüler von uns. Erzählt doch mal, wie geht's euch? Was macht ihr gerade? Also wir sind hier in der Werkstatt. Das ist auch so ein Raum, wo man halt eigenständig arbeiten kann. Und wir haben von unseren Lehrern Texte erhalten, ganz unterschiedliche. Und da kann man halt dann auch, wenn man jetzt in einem Raum ist und in unterschiedlichen Grüppchen, sag ich mal, sich gegenseitig gut austauschen mit den Texten, weil jeder halt auch mal einen anderen Text liest. Und jeder kann halt auch in seinem eigenen Tempo die Aufgaben bearbeiten. Wir haben halt immer meistens so ein kleines Zeitfenster. Es gibt auch immer die Möglichkeit, mit den Lehrern das dann nochmal abzugleichen und so. Ja, obwohl wir die Möglichkeit haben, auch die neuen Technologien zu nutzen, wie Laptops, Handys etc., können wir auch immer wieder auf Bücher zurückgreifen. Da möchten wir euch die Bibliothek zeigen. Wie ihr sehen könnt, können wir zur Erarbeitung unserer Themen Bücher wie auch moderne Medien und Internet nutzen. Ja, natürlich arbeiten wir in der Pflegeausbildung nicht nur mit Büchern und Laptops, sondern auch praktisch. Sie versuchen hier richtig hinterzugreifen, dass sie wirklich rumkommen. Sie können jetzt entweder arbeiten oder auch an der Hüfte, wenn das irgendwie besser geht. Das ist unsere Gemeinschaftsküche. Hier treffen wir uns jeden Mittag zusammen und genießen unsere Mittagspause. Hier haben wir viele Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel eine Kaffeemaschine. Wir haben einen Wasserhahn bekochen, das Wasser rauskommt, Sprudelwasser, Leitungswasser, Normandeswasser, natürlich noch einen Kühlschrank und eine Mikrohalle. Als nächstes möchten wir euch den Inputraum zeigen. Dort bieten die Lehrer uns viele Inputs zu gewissen Themen an, was nicht oft passiert, denn wir haben auch sehr viel freie Lernzeit, wo wir uns die Themen selbst erarbeiten. Ja, und dann sieht das nämlich aus wie jetzt. Also, wir sind jetzt hier im Inputraum und das ist der Raum, wo, wenn wir Inputs bekommen, wo dann die Inputs stattfinden. Also, es läuft dann so, dass oft wird irgendwie eine Präsentation an diesem Monitor angezeigt und der Lehrer erklärt uns was dazu. Ansonsten lernen wir hier meistens alleine. Und da ist halt ein großes Vertrauen an die Schüler gefordert von den Lehrern aus, weil uns eigentlich keiner kontrolliert in dem, was wir machen. Ab und zu kommt jemand rein und schaut auch, ob wir irgendwelche Fragen haben. Und natürlich können wir auch jederzeit die Lehrer aufsuchen, wenn wir Fragen haben und bekommen dann auch immer eine super Antwort. Ja, aber es ist sehr frei gestaltet und fordert viel Selbstdisziplin und Konzentration. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt kommt noch mal eine kleine Zusammenfassung über unser Lernsystem und hoffentlich bis bald. Modernes Lernen Selbstverwirklichung Verantwortung Freiheit Individualität Digitalisierung Vertrauen Team Einzigartigkeit Eigenständigkeit Kreativität Kommunikation Selbstgesellschaft Liebevoll Flexibilität Vielfalt Offenheit Gemeinschaft Part Juhu 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 Juhu